so hallo zusammen heute geht es wieder weiter es gibt was neues auf der baustelle und zwar sind die sanitäranlagen soweit vorbereitet das spricht kalt und warmwasser leitungen sind gelegt die spülkästen sind montiert setzt der nächste schritt da kommt ein nächstes video mit dem putz aber da muss jetzt noch warten bis ein termin frei wird da ja natürlich jetzt der winter eingetroffen ist und der schnee und der frost dauert es jetzt ein bisschen bis da das natürlich das wasser dann nicht einfriert beim verputzen kann sein dass jetzt demnächst mal eine weile kein video kommt je nachdem wie es da reinpasst ob verputzt werden kann aber bevor es jetzt soweit ist wie gesagt kommt das video mit den sanitäranschlüssen die sind alle soweit vorbereitet elektrik ist gemacht fensterbänke sind dran jetzt die sanitäranlagen sind jetzt fertig das bekommt ihr jetzt in dem video zu sehen und als nächstes wie gesagt kommt der putz und viel spaß mit dem video und ich freue mich natürlich über alle zuschauer die kommentieren auch die abonnenten die immer wieder dazu kommen ja noch fange ich ganz frisch an und über jeden abonnenten würde ich mich riesig freuen und es motiviert mich natürlich also in dem sinne gutes neues noch mal 2017 und schönen tag noch und wir sehen uns tschüss bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.